B wie Bauhaus. Kennen Sie diese Lampe? Ganz bestimmt. Die Bauhaus Tischleuchte von Wilhelm Wagenfeld ist ein echter Designklassiker, der heutzutage als moderner Nachbau in fast jeder Wohnung zu finden ist. Eines der frühen, überaus seltenen Originale konnten wir letztes Jahr, passend zum Bauhausjubiläum, an das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg verkaufen. Für gut 100.000 Euro. Das schöne Stück, was jetzt hier links von mir steht, ist sogar noch seltener als die Exemplare der 20er Jahre. Es ist eine etwas veränderte Variante, die Wilhelm Wagenfeld um 1930 in Thüringen produzieren ließ. Man geht davon aus, dass von dieser Version alles in allem nur 50 Exemplare produziert worden sind. Wie viel sind davon heute noch bekannt? Drei Exemplare, inklusive mit diesem Stück. Ich bin sehr gespannt, was am 9. Juli auf unserer Auktion passieren wird.